GameTees und GameCards MMOGA Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer geilen Runde LOL Ich spiele Kartus, der Dustin spielt Warwick Wie schon angekündigt Ja, du hast ja gesagt, ich war letztens bei dir, ne? Ja Na, kommt sein, weil... Bin ja noch am WoW installieren, was war demnächst auch letztes Plan werden Ähm... Ja, wird, keine Ahnung, am Montag losgehen, Dienstag, weiß ich nicht Ähm, wir geben uns auf jeden Fall unser Bestes So, Fair and Blue, ne? Boah, erstmal mit Warwick Jungle reinkommen, ey Aber Warwick war, glaube ich, einer der Leichtesten Ich brauchte niemals die 5 4 Potts Ich brauchte, glaube ich, 2 Ja, mit Chivo auch 2 Aber ich glaube, man sollte mit seiner WoW anfangen, ne? Naja, wo du schneller angreifst Ja, ist meine W Ja, ist meine W Na, wenn die Jinx sie wie tötet Ja, und Ketten, dann Ne, ne, die kennen ja doch mit Ketten war aber aubertragend Nein, doch eine passiven 100 Pro Das schwöre ich bei dem Namen meiner Mutter Nein, doch Nein, doch Abonnentzeug mit der Blitzkrank Ja, stimmt Ja, stimmt Ähm, Abonnentzeug und geht Freitag los Wie gesagt, kommt Was haben wir heute Samstag, ne? Kommt morgen wieder zu? Muss ja auch noch vorbereiten, alles, ey Puh, wird stressig die nächsten Tage mal wieder Ja, aber Zum Glück habe ich Ferien, Alter Ha Ja, und das Wochenende Da war wirklich Geld, Geld, Geld Stimmt, natürlich, ja Sonst hört die Ketten schon nicht geschrieben Jinx, I catch you Ja Ja, weil von Jinx der Counter Ketten ist Ja, aber da passiert auch was, 100 Pro Ja, kann sein Und ich habe Niederlinie in der Mitte anstatt Lux, wie ich gedacht habe Ja, ja Ja, okay Ja, du kannst schielen, das ist natürlich doof, ne? Ja, vielleicht wäre Dings besser gewesen Wow, wirklich ist das so lahm Ah, schon schnell wäre das der Karsthalter Ja, das ist auch relativ Schade Jolo Egal, First Blood Ja Dann kann ich mir sofort Träne holen Und im nächsten Bluboff kannst du auch direkt haben Hat zwar ein bisschen, was heißt, ein bisschen gefällt, aber Ich glaube, das ist auch einfach so, Schutz gegen sich zu kaufen hat, ist voll gut Ist eigentlich auch so, was So gesehen wäre es jetzt wieder am Leben gewesen, könnte es weiterfahren und so Ja, äh Okay, jetzt so früh, aber Naja, war schon klar Aber zum Beispiel, dein Ding an ein ganzes Team hat Schutzengel Ey, dein Ding an ein ganzes Team lebt einfach wieder, weil du tötest einen in der Zeit, wenn die anderen tut sind, lebt einer schon wieder Das stimmt echt, ey Das musst du eigentlich mal ausprobieren Das musst du eigentlich mal ausprobieren Ich habe gar keinem Leben Ich habe auch meine falsche, kacke geskillt Ich könnte definitiv flashen Ich treffe nicht Ich treffe nicht Uiuiui Ich treffe nicht mehr Aber warum habe ich überhaupt Kartes gezackt? Ich kann den nicht Ja, wenn du mich Warte, ich warte, bis die am Tor ist Wenn du natürlich ein bisschen treffen willst, dann könnte ich die töten Beziehungsweise du vielleicht Ja, jetzt kann ich ja nichts machen, weil meine So, du gehst einfach, rennst einfach voll drauf Nice, man Sehr gut gemacht, Kollege Warte mal jetzt, Kartos kann ich nicht Du kannst halt nicht immer so treffen oder so Nee, aber Nee, das ist ja auch schwer mit der Kuh Aber Kartos, ich finde Kartos relativ, macht viel Spaß zum Zocken so Boah Dann hast du aber Action, weil du die ganze Zeit was machen musst Ja, ist einfach so Ich muss definitiv früh weg, der Warwick ist ja ohne Schuh voll langsam alt, aber richtig langsam Also kommen mir auf jeden Fall so vor Ja, auf die Zocks Okay, dann kann natürlich sehr gut sein Boah, ich weiß gar nicht, was man sich mit Warwick alles holen sollte Und ich weiß nicht mehr, was man sich mit dem unser Blitz-Eyes liebt Was war das denn noch mal alles? Gucken wir mal Ähm Ah, Seele wollte ich mir holen, genau Ja genau, Geistessich war verdammt wichtig, weiß ja auch noch Ninja Tabis ist sowieso klar Oh, 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 ich hab kein Warne mehr 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 Blumen kommt gleich auch wieder Der Nasus kann tot sein Ah, ne, er überlebt Ah, ne, er überlebt Das geht doch schneller So, Schuhe Hm Mana Und Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Shaco, 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 Shaco Letztes Mal war schon Shaco, Shaco, Shaco Da hast du gesagt, Shaco sieht man nicht oft Und jetzt Haben wir eine Da, aber für habe ich die Healports Und jetzt holte ich mich den Töten Ja Okay, ich hab kein Mana Ich hab davon ab, dass ich Auch nicht meine Dings hätte Meine Kuh Ah, scheiße Boah, wenn der Shaco mal jetzt hinterher hat Shaco dürfte hier drin sein Ah, der ist nach oben gegangen wieder Ah, der ist nach oben gegangen Ah, der Sinn dürfte aber auch da sein Der Blum müsste jetzt wieder da sein Schafft ihr alleine Ich denke ja Und da ist Shaco doch Spaß hier er soll sich mal verpissen da will man mit farben machen jetzt hat wieder aber knapp das wieder das ist auch noch da genau sicherlich der scheiß ding sollte sich verpissen der dumme schacko ich schreibe ich das ist natürlich nur 15 farm ja die machen das richtig und darf es halt natürlich nicht fahren lassen du hast eine stelle schocko wird jetzt meinen über farben ich habe und sie könnte mitbekommen wenn ich so meine ulti machen so alles drauf aus mit ulti ist so op das ist doch nicht hier die niederliebe die der ist beim blu ja die niederliebe jetzt denke ich meine blut weg ich will ja den schocko tritt nennstrasse ohne weil ich dann blu jetzt werde ich genau und die wochen anscheinthilfe ich habe bluboff träne und die kohle und komische dings da wo ich dann das ist halt die flasche ja jetzt habe ich gefailt ok nasus gegen cinch ist natürlich ein krasses duell ne mit jetzt somit nachsitz allgemein so vtf oh scheiße jetzt habe ich voll auf dich geguckt und bin da voll gefällt beim ganken alter alter war schaden sagst du war krasser schaden von niederliebe oder schacko irgendwie von beiden konnte nicht richtig achten ich habe schon gar nicht gesehen war ich tot ja komm ja schocko naja natürlich doof ne aber natürlich sehr gut ist es habe ich natürlich ich habe ja keine niederliebe jetzt gab es ja doch niederliebe ja doch ja doch und jeder hat den von schocko bekommen genau naja mein bloß ja nicht da ich könnte gleich mitgekommen ob gleich das ist schon so viel leben naja mein sagt dann sagst du die macht krassen schaden ja ich bin nicht 15 sekunden ob ich heute die macht aber auch ein damage ich auch aber hat die gewordert ne falle fuck musst du ein bisschen rumlaufen ja ich hoffe einfach in noch eine falle rein ja sicher ich weiß nicht ob die beide es schaffen würden wer macht da mehr schaden was meinst du ich komme wieder ja genau ich hasse es ne wo ist die ich gehe nach unten ja komm mal unten alter rein schocko lux kommt nach oben ja wir können mal noch mehr ne lux ist unten oh scheiße bloß da wird es haben jo ich versuche mich mal nicht von einfach an zu sterben jo kommst du mit ja servo ja wenn meiner mal da langlaufen würde ja geht auf ich mach ult fuck ja nein was treffe ich denn die nein das wollte ich doch gar nicht es gibt es nicht ne ne ey dieser elendige huren schocko war ich hab keinen maher noch du hast schon blubach pf ey ohne witz mehr das ist unfassbar ohne scheiß alter mein Gott ich hasse kathos alter ist der größte Hohenschapp auf Erden alter sag doch mal schocko als dieser Abbau er wird schluss mit dem Erzten hat er wo ich hasse schocko ne schocko ist der abgeholteste scheiß die genug Schimpel schließlich schluss mit mit der Kuh was war doch um wo ist also nur zu Bocke sagen sie irgendwie alle Spielte er Shaco AP? Ja, weh. AP wäre besser, macht der Spiel auch keinen Schaden mehr. Beziehungsweise nur einmal. Komm weg, komm weg, komm weg. Mann, du glaubst eh nicht, ich raste gleich aus, ne? Boah, ist Kartus ein Wichs-Shap, Alter. Mann, eine scheiß Falle, Alter. Ich kann mit Kartus mal so gar nicht... Wie viele Fallen hat die aufgestellt? Kannst du mir das mal sagen? Ey, ohne Scheiß, ne? Egal, wo ich hinlaufe, ist da eine Hurenfalle. Ganz ehrlich. Glaub ich jetzt mal da rum. Shaco, fick dich. Spass dir, ey. Scheiß-Sinn, jetzt kann der Nasus wenigstens mal fahren, ey. Hat 47 fahren, was ist denn das? Ist doch Scheiß, ist das doch. Ich scheiß nicht. Was ist los? Was soll's gemacht, oder was? Nein, das Spiel ist einfach beendet. Kartus ist das größte Wichs-Shap auf Erden, Alter. Oh, ne, ich mag halt das nicht. Schau mal Magie. Und die Lacken die ganze Zeit. Hammer nach so, krass, ey. Tasse ist, weil man kann mal Glück haben und wenig Leben davon kommen. Nicht so wie Shaco. Weil ich hasse es, wenn Shaco sich auch umsichtbar machen. Wie OP ist denn, kurz bevor der Tour auch immer sonst noch? Oh, ich mach mal einfach so. Ich mach einfach so, als wenn es nicht wäre. Schalt mal bitte. Ja, sehr gut. So muss er laufen. Ja. Bejings 1, 4, okay. Die ganze Zeit weg, äh, die waren schon so lange nicht mehr mit. Kann man denn mit Jing so schlecht sein? Oh, weiß ich ja nicht. Aber das Beste ist immer, wenn wir beide Bot gehen, ey. Ja, ja, ich bin ja da. Hm, Lux, ne? Die geht jetzt weg. Shaco. Geht der nach oben, ja? Könnten auch die Nidale holen, durchaus. Das ist eh ne Falle, ja. Ah, deswegen würde ich welche auch durchflaschen gleich. Siehst du eine? Ne. Die pusht auch nicht weiter, ne? Boah, ich hasse es. Hier so, soll ich... Ich kann Ulti machen. Ja. Ich mach Ulti. Ich hab keinen Bock mehr. Wie viel Schaden macht die jetzt mal ohne Scheiß, Alter? Boah, das ist doch so eben, ne? Ich hasse Gato. Bin ich froh, wenn ich ihn abgehockt habe. Bin ich froh. Bin ich froh, wenn ich wieder lebe, bis du wieder... Richtig starke Ulti-Dings, klasse. Was sagst du, was machst du als nächsten Chat? Nein, wenn der... Wenn der Shaco... Ja... Weniger Leben hätte, oder ich mal schneller spawnen würde, dann... Ach, einfach ein Versuch, es ist wert. Nice one. Der Kartus hat, glaube ich, gar nicht mehr... Ach, der... Der Shaco hat keinen Bock mehr. Sins dürfte ich durchaus bekommen. Nice one. Auch wegen deiner Ulti. Wunderbar. Ey, da ist das cool an Kartus. Ne, das magische an Kartus. Ne, das ist nur die Ulti. Die ist richtig geil. Meine Last Yeats. Was macht die Jinx da? Geh immer schon Wippauf, alleine holen. Alleine. Ey, was macht er, ey? Was schmuckst du? Warum ziehst du den da durch? Bitte bedanken wir uns trotzdem mal. Tore ich mir da als... Ja, ja, geistet sich, tore ich mir, aber kann ich mir da nachholen. Randungs Ohm für Shaco, Adi, ja. Danach mal wieder auf Angriffstempo, ey. Klasse. Boah, nicht so viel Schaden. Wunderbar. Niederli ist auch ein bisschen gefiedelt mit 7-2. Major Eyes hat die hier, also. Die muss gekillt werden. Und gefokust. Und dann auch. Aber das heißt, ja. Shaco wäre auch nicht schlecht. Frag mich, warum Niederli mit ihren scheiß Dings. Sie für Schaden macht. Womit? Mit Jinx. Wieso kommen die Minions wieder? Hier war irgendjemand. Dafür ist der Sinch richtig schlecht. Nasus, helf mir doch! Was macht der denn? Jetzt mal bitte, was macht dieser Nasus? Dich geh drauf. Ja, ich muss mal weiterfahren. Ich war ja eh da. Ja, okay, aber trotzdem, ey. Lass mal, direkt nach unten. Da sind ein paar. Geh dir den Damage an, Alter. Hast du Ulti gemacht? Ne. Du bist nicht hier zu schnell gestorben. Nein, ich war ja mit dem Passiven noch da. Achso, stimmt. Und dieser Shaco, ne? Boah, da regt der auf. Ich hasse uns wahre Champs, Alter. Ja. Tote ich mir als nächstes. Klingeln wir auch nicht schlecht wegen Lebensraub. Ja. Ja, mach ich mir noch. Jinx mit 1,6 ist mal wieder ganz stark unterwegs. Durchaus. Du, 6, 2, oder 6, 5. Jo. Ja, ja. 1,6 ist unfassbar. Das war schon krass. Wenn du eine Art, die KB 1,6 stehen, mit dem Support ist doch okay. So wie 0,6 ist das okay. Oder mit einem Jungler, zum Beispiel jetzt auch 0,3 stehen, dafür aber 8 ist es oder so, weil er dann nur für Lendik ist es so. Aber nicht mit einer Art, die KB, Alter. Niederlich, die macht der Mensch, ey. Weil wir können nicht das verstehen, wenn Adi KB so schlecht steht, wenn der... Krass, was tut ihr? Ich will auch so niederlich spielen. Okay, hat sich direkt ein Radon zum Matches, ne? Ist natürlich krass. Um, 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 um. Das gibt es nicht, ne? Das gibt es nicht, ne? Das ist so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich. Ohne Witz, auch niemals ist der Nasus dabei. Niemals ist die Jinx dabei. Ohne Scheiß, Alter. Ey, 1,7 mit nem verhurten AD-Carrie, Alter. Wer die Level 1 kann ich doch noch verstehen. No. Ah, lol. Ja, du stehst 1,7, mein Freund. Und er hat hier nur 2 Assists, wenn ihr jetzt 38 Assists würdet. Okay. Was ist das, da macht das mir auch nur jetzt, wenn der da jetzt reinrennt, ne? Was macht der da? Ich helfe den. Also ich komme jetzt auch. Oh, starke Ultien, ganz starke Ultien, ganz. Weitere kommt mir dann echt sofort, als würde ich irgendwie... Das hasse ich, ne? Wenn Leute, die Gegnerischen-Tierweiß, die bekommen, solche Leute wahrscheinlich nie ab. Ach, ach. Und wenn es manchmal kommt mir so vor, als ob ich wirklich irgendwie... Ja, schlatsch mich schreiben. Was macht, worauf ich da alles? Oh. Boah, was hat so viel Schaden gemacht. Ist doch nicht mehr normal. Komm rein. Jo. Ja, er hat keinen Sinn mehr, ey. Ja, er hat keinen Sinn mehr. Ja, er ist verlor, was soll man machen, mit solchen Teammates zu spielen, macht natürlich jetzt nicht so viel Spaß. Nee. Schon die zweite Chaos-Runde nur mit scheiß Teammates, Alter. Ja, das ist doch vernünftig, wie wir das schaffen, wenn er auch dem Teamfatz dabei ist. Ja, und so kann auch mal eine Runde Leute aussehen, ne? Ja. Nächste Runde wieder Kartus. Ich glaub, an dem bleib ich hängen, weil wir dann immer ein scheiß Team haben und ich auch nicht. Da kämen kann mit Kartus. Ja, egal. Nächste Runde mal gucken. Vielleicht bitte das in der harte Kiri. Ich hoffe noch. Und ja. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020